Ich starte in der Drehstellung, führe das Bein vorne über Kreuz, öffne wieder in die Drehstellung und das Bein hinten über Kreuz und wieder öffnen. Noch einmal, vorne öffnen, hinten öffnen. Bewege ich mich in die andere Richtung, muss ich natürlich das andere Bein kreuzen. Vorne öffnen, hinten kreuzen, vorne öffnen.